So, heute Siegerin, Jungkühe, herzliche Gratulation an die Nummer 19. Geniesst den ordentlichen Champion, Jungkühe, glade sein schönes Büro, herzliche Gratulation an die Nummer 27. Siegerin und Siegerin für mich heute, die Nummer 100, herzlichen Dank, herzlichen Dank. Siegerin und Siegerin für mich heute, die Nummer 100, herzlichen Dank, herzlichen Dank, herzlichen Dank. Dankeschön. Sie schauen für mich heute, ganz klar, die Nummer 100, mit dem Euterarmer, Frau, die Korrektatische, Überflug, Eutersiegerin, Altkühe, Landesschau, 110 Jahre, Braunfiel, Janolk. Für mich heute die Nummer, ja, da ist sie, 173, herzlichen Dank, herzlichen Dank. Es ist nicht leicht, ob ein Siegerkuh heißt, als 10-jähriger, auch qualifiziert. Ich glaube, er hat es verdient, an zweiter Stelle 166 Euro, superkuh, herzliche Gratulation. Ich glaube, er hat mit dem Anfang, was mir so gut steht, so ein Fundament, mit so einer Gruppenfrau, und auch so eine Leute, ich glaube, er hat es verdient, als Siegerin heute, hier vom Platz zu geben. Herzlichen Dank, herzlichen Dank, herzlichen Dank, herzlichen Dank.